Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem für mich extrem wichtigen und fröhlichen und glücklichem Video. Ich darf nämlich verkünden, wir haben die 50 Abonnenten geschafft. Jetzt werde das vielleicht lachen, weil ja es sind ja nur 50, aber für mich ist es ein extrem wichtiger Meilenstein und ich hätte absolut nicht damit gerechnet, dass das jetzt schon so schnell passiert. Am 19.02.2021 habe ich mein erstes Video hochgeladen, habe mir natürlich Gedanken gemacht, wohin soll es gehen und wann hörst du auf? Man muss ja ehrlich zu sich selber sein. Es macht ja keinen Sinn, wenn man hier in seinem Keller, Büro möchte gern, Studio hockt, irgendwelche Videos dreht, auf YouTube hochlädt und es interessiert kein Schwein. Ja, ich meine, ich mache ja kein Tagebuch für mich selber, sondern ich hoffe ja natürlich, dass das draußen ankommt, dass die Leute da auch was mitnehmen können, Spaß dran haben, was auch immer. Und ich habe mir da so ein paar Meilensteine gesetzt und habe gesagt, das Allerwichtigste für mich sind die 50 Abonnenten, weil das entscheidet für mich so ein bisschen darüber, mach's weiter oder lass's bleiben. Ja, ganz klar würde ich jetzt ein Jahr lang oder ein halb Jahr, dreiviertel Jahr auf 50 rumeiern. Ja, dann wäre irgendwann auch Schluss. Irgendwann muss man einfach sagen, es kommt nicht an, mach einen Cut, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich bereits jetzt schon oder besser gesagt am 28.04. die 50 knacke. Ohne Witz, das ist so geiler Scheiß und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die das gut finden, was sie hier gesehen haben, die abonniert haben, bei allen, die Kommentare schreiben, das freut mich immer wieder ganz besonders. Wirklich vielen Dank, super genial. Und jetzt kommt der absolut noch krassere Scheiß. Vor drei Tagen, am 28.04., also heute haben wir den 1. Mai, habe ich mir gedacht, juhu, 50, wie geil, da hauscht ein Gewinnspiel raus am Sonntag, also am 2. Mai. Das ist in vier Tagen, das passt dann, dies und das am Sonntag, ist sowieso eine Laberstunde. Da hauscht ein kleines Dankeschön-Gewinnspiel raus. Und ja, ich kann das Video leider morgen nicht aufnehmen, deswegen mache ich es heute schon am 1. Mai und sehe mal im YouTube-Studio, dass wir auf 72 Abonnenten sind. Boom! Also ohne Witz. Ich bin gerade gedanklich noch an den 50 und wie gestalte ich das und was soll ich denn raushauen? Und jetzt geht es schon so steil an die 100 dran, also wirklich absolut krasser Scheiß. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, was ich an euch raushaue als kleines Dankeschön und habe mir überlegt, weil die Dinger ja gerade so aktuell sind und auch ein bisschen rar am Markt, ich verlose unter allen Abonnenten einen Apple AirTag. Ist nur eine Kleinigkeit, aber es freut euch hoffentlich trotzdem und die Chancen sind ja bei so wenig Abonnenten auch wirklich groß ein, zu erhaschen. Ja, genau so machen wir das auch. Und zwar ist die Geschichte ganz einfach. Um zu gewinnen, müsst ein Abonnent vom Kanal sein. Ganz klar soll ja an die Abonnenten ein Dankeschön sein. Und ihr postet bitte unter diesem Video einen Beitrag mit dem Hashtag AirTag. Da könnt ihr gerne noch mehr reinschreiben, das ist egal oder auch nichts, wie auch immer. Hauptsache der Hashtag AirTag ist da drin, weil ich werde das dann in so eine YouTube Kommentar-Zufalls-Generator-Maschine reinhauen, die dann eben den Gewinner lost. Und zwar machen wir das wiederum am 16.05.2021, also genau am übernächsten Sonntag. Da werden wir das dann bei dies und das am Sonntag wieder auslosen und dann erfährt der Gewinner, wer der Gewinner ist. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Heute ganz kurz und schmerzlos. Ich bin extrem happy. Ich hoffe, es geht weiter so. Ich meine, wie gesagt, nur gemeinsam kann das funktionieren. Ich mache es ja nicht für mich allein. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, Verbesserungsvorschläge habt, Themen habt, die euch interessieren, haut es doch einfach in die Kommentare rein. Ich versuche auf alles zu antworten, was gepostet wird. Es geht nicht immer sofort, aber es geht doch recht zeitnah. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.